Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und heute werde ich euch erklären, wie euch dieses Ding zu Spaß für Zweifel hilft und vielleicht sogar euer Liebesleben wieder in Fahrt bringt. Nicht erst seit Can a Song Save Your Life, einem zugegeben kitschigen, aber schönen Film, wissen wir, dass geteilte Musik wahrlich viel verändern kann. Aber auch im normalen Leben erleben wir immer wieder ähnliche Situationen, egal ob im Bus, Zug oder Flugzeug. Ihr habt einfach dieses eine Lied im Kopf, das ihr unbedingt eurem Freund oder eurer Freundin zeigen wollt. Am besten ohne dabei den halben Bus zu unterhalten. Für diesen Zweck haben sich diese Dinger etabliert. Wenn ihr jetzt sagt, aber schiebt, das ist doch nur ein ganz normaler Splitter, den wir schon alle kennen. Dann habt ihr nicht ganz recht, denn ihr kennt mich, ihr kennt meinen Kanal und deswegen müsstet ihr wissen, dieses Ding kann noch ein bisschen mehr. Wenn wir uns dieses Ding hier von oben angucken, sieht es tatsächlich erstmal so aus wie ein ganz normaler Splitter. Ein Kopfhörereingang rechts, einer links und dann noch ein 3,5mm Klinkenkabel. So weit, so bekannt. Aber gehen wir doch mal etwas näher ran. Eine Etage tiefer erkennen wir schon die Magie, die dieses Ding hier in sich verbirgt. Wer auch immer schon mal einen Splitter genutzt hat, der kennt das Problem. Ist die Lautstärke für dich so okay? Genau damit ist jetzt Schluss. Egal ob ihr euch das erste Mal mit eurem absoluten Schwarm trefft oder einfach nur im Bus mit eurem Freunden Party machen wollt, ab jetzt hat jeder von euch beiden die Kontrolle über die Lautstärke, mit der er die Musik genießen möchte. Dafür sorgt auf jeder Seite jeweils ein stufenlos regelbarer Schieberegler, mit dem ihr die Musik nach Belieben leiser und lauter stellen könnt. Zwar ist die Verarbeitung des Kabels jetzt nicht der Bringer, aber die Schalter haben bei mir bis jetzt immer sehr gut funktioniert und die Qualität der Musik ist auch nicht merklich anders, als man sie kennt, wenn man alleine Musik hört. Von mir gibt es also eine klare Kaufempfehlung und wer weiß, vielleicht probiert ihr das Ding bei eurem nächsten Date einfach mal aus. Vielleicht hilft es ja. Wenn ihr Interesse habt, findet ihr alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Vielen Dank, dass ihr euch dieses doch eher kurze Video von mir gegeben habt. Wenn ihr sowas interessant findet, dann abonniert mich doch einfach hier auf YouTube, folgt mir auf Instagram, Twitter oder schreibt mir einen Kommentar, was ich noch verbessern kann. Schreibt mir Vorschläge in die Kommentare. Sonst teilt das Video, das würde mir unglaublich helfen und habt noch einen wunderschönen Tag. Ciao!